In dieser Folge möchte ich das Vorurteil ausräumen, was Image ist und was es aus meiner Arbeitsperspektive nicht ist. Lass Dich überraschen. Ist es Dein Ziel, Deine Marke durch Marketingmaßnahmen von anderen im Markt zu differenzieren, Deine Preise durchzusetzen und zum begehrtesten Dienstleister für Deine Wunschzielgruppe zu werden? Der Prozess, dieses Ziel zu erreichen, heißt Branding. Mit dem Image-Sales-System, was Du hier Folge für Folge kennenlernst, findest Du kompetente Unterstützung bei diesem Prozess. Ich bin Carmen Brabletz, Dein Branding-Guide. Auf geht's! Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich mache diese Folge extrem spontan. Ich hatte gerade ein Telefonat mit jemandem, ein privates Telefonat und dabei ist etwas rausgekommen, was ich sehr spannend finde. Ich erkläre es Dir gleich. Und das mit Dir teilen möchte, denn es betrifft meinen Beruf. Es war ein Telefonat mit einem Menschen aus der Krisensicherheitsbranche. Also wenn etwas verfälschter O-Ton, wenn Menschen wie ich fertig sind und quasi Scheiße gebaut haben und der Shitstorm vor der Tür steht, dass die Reputation geschädigt wird, dann kommen die ins Spiel. So, und deswegen würden wir Probleme miteinander kriegen, weil ich halt auf der gegnerischen Seite stehe. Fand ich sehr interessant. Und ich wollte einfach mal wissen, wie kommt diese Person, die mich jetzt gerade gefühlt zehn Minuten kennt, auf diesen Trichter, dass ich zu diesen Scharlatanen gehöre und das Marketing insgesamt böse ist. Finde ich sehr spannend. Aber ich bin ja nicht, oder diese Person ist nicht die einzige auf dieser Welt, die das so sieht. Ich möchte heute mit Dir darüber sprechen, wie ich Image sehe, wie ich es verstehe und wie ich es praktiziere. Und vielleicht ist es mal ganz gut, auch mal ganz offen darüber zu reden, weil ich zu denjenigen in dieser Marketingbranche und Blase gehöre, die ein ganz, ganz anderes Mindset hat als viele andere da draußen. Fange vielleicht erstmal damit an, was das große Problem der Branche ist, warum ich auch ein Thema mit Werbung habe. Die wird, nehmen wir mal den Klassiker, Kosmetikindustrie. Dir wird suggeriert, mit diesem Shampoo werden deine Haare nach zwei Wäschen so toll aussehen, als ob du nie Haarschäden gehabt hättest. Wenn du diese Creme einen Monat benutzt, so wie die ganz klein gedruckt auf dem Riesenfernseher auch noch nicht mal zu lesen, die Testgruppe von 90 Frauen über ein Zeitschriftenabo, Ja, jetzt erstmal als Beispiel, das bestätigen konnten, dass deine Falten sich reduzieren. Und ähnliches, ähnliche Versprechen, vor allen Dingen in der Kosmetikindustrie. Das transportiert aufs Marketing, es wird ein Image produziert, also ein Bild geschaffen, eine Welt geschaffen, eine Lüge erzählt, eine Geschichte erzählt, ein Versprechen abgegeben, was nicht erfüllbar ist, aber das verkauft. Mein Firmenname Image Sells steht nicht dafür. Er steht für was anderes. Er steht dafür, dass du es in der Hand hast, zu verstehen, wer du bist und was du tust. Und vor allen Dingen, und das ist der viel, viel wichtigere Faktor, wichtigere Faktor und auch der, der meine Kunden am Ende zu mir bringt und auch glücklich macht, weil wir das auflösen, dass sie eben nicht in ihrer Zweckblase sind. Und also auch ein Beispiel, was gefallen ist, ein Zitat von einem meiner Kunden, der gesagt hat, sie verkauft nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand. Was ist damit gemeint? Nicht, dass ich irgendeine Makulatur verkaufe, ich verkaufe erstmal per se gar nichts, sondern ich bringe meinem Kunden bei zu verstehen, dass es nicht darum geht, den Zweck, also ich tue, ich mache, ich habe, ich verkaufe eine Bohrmaschine, lieber Kunde. Sondern wir kaufen uns keine Bohrmaschine, ich mache immer gerne das Beispiel mit dem Dübel, ja, Dübel an sich sind extrem unsexy. Trotzdem hat sie jeder zu Hause, weil sie, der Zweck ist der Dübel in der Wand. Der Nutzen ist Sicherheit für deinen Fernseher, für deinen Spiegel, für dein Bild, für deinen Schrank, auf das niemand erschlagen wird von dem Küchenschrank, der einfach dadurch sicher angebracht ist. Was bedeutet das also? Es geht nicht, und das ist eben der Fehler, den die meisten Dienstleister da draußen machen, vor allen Dingen die, die ihre Prozesse, ihr Doing-Leben, nehmen wir mal IT, die stundenlang erklären können, wie genau die einzelnen Programme, die Schnittstellen miteinander arbeiten, was ausgetauscht wird und sowas. Das interessiert den Kunden gar nicht. Der versteht das auch überhaupt nicht. Er will das auch nicht verstehen. Meine Kunden wollen auch nicht verstehen, wie Marketing im, also die meisten, wie Marketing genau funktioniert, was Konditionierung ist, was im Kopf des Gegenübers passiert, wie sie das beeinflussen können auf eine positive Art und Weise für sich. Nee, die wollen einfach ein Ergebnis haben. Die wollen also nicht den Zweck, was tue ich, sondern was bewirke ich, was ist also der Nutzen meiner Arbeit als Dienstleister? Nämlich Sicherheit an der Wand. Das ist der Nutzen. Was Image-Source bedeutet ist, dass du verstehst, wie du das, was du tust, deine Identität, deine Tätigkeit, transportierst, übersetzt in die Welt deines Kunden, in seine Welt, in seine Nutzenwelt, in was habe ich davon Antworten. Und damit bei deinem Gegenüber, Kunden, Mitarbeitern, Investoren, also potenziellen Zielgruppen, ein Bild schaffst, dass die verstehen, was du tust, einen Identifikationsmoment schaffst. Also in dem Moment, wo sie deine Dienstleistung bräuchten, kapieren, was du tust und dich auf dem Schirm haben, weil sie vorher schon mit dir einen Weg gegangen sind durch Content-Marketing. Also, das ist mir echt ein großes Anliegen, weil das hat mich jetzt, es hat mich nicht aufgewühlt, es hat mich getriggert. Es hat mich getriggert, weil ich halt auch gemerkt habe, jemand hat eine festgefahrene Meinung, nämlich jeder, der im Marketing ist, ist der Feind. Spannend, als Feind war ich auch noch nie auf dem Schirm, finde ich gut. Danke dafür, für dieses Gespräch, es war das letzte, aber es war ein sehr, sehr gutes Gespräch für mich und nochmal so Überprüfung auch meiner Werte und meiner Welt und ein wertvoller Punkt, über den ich eben mit dir auch sprechen möchte. Auch dieses, ich komme ja aus dem Speaker-Business oder was heißt, ich komme aus dem Speaker-Business, was für ein Schwachsinn? Nein, eines meiner Standbeine war das Speaker-Business vor der Pandemie, weil jetzt brauche ich das drei Tage die Woche in einem Hotel oder irgendwie im Zug sitzen. Und da kommen wir später nochmal drauf, dass sich das jetzt bald wieder ändern wird, aber einfach nur für eine halbe Stunde auf der Bühne stehen, den ganzen Tag durch die Gegend zu fahren, das ist irgendwie, es ist Nonsens. Deswegen stehe ich so als Speaker-Business nicht mehr auf der Bühne, sondern ich mache das virtuell, digital, ist ein anderes Feeling, total, aber naja, eine andere Welt. Warum habe ich das erzählt? Kurz nochmal, Klammer zu. Ich habe 2016 eine Reise in der Amerika gemacht. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, also die, die mich länger begleiten, Carmen Goes America, findest du noch auf YouTube. Wo es darum ging, ich habe jemandem viel Geld bezahlt, der uns, eine ganze Gruppe, nach L.A. gebracht hat, um dort im Endeffekt das Speaker-Business so ein bisschen von der anderen Seite kennenzulernen. Ein bisschen Schauspielunterricht nochmal zusätzlich zu nehmen, bei den Oscars dabei zu sein, um Presse-Releases zu sammeln und, und, und. Was ich krass fand, war seine Ansicht, also ich bin damals schon extrem gut in meinem Job gewesen, es war ihm aber völlig wurscht. Er sagte zu mir auch, also der Organisator ganz klar kam, also der hat mich noch nicht mal gefragt, was ich kann oder worüber ich reden will, was meine Expertise ist. Er sagte, wir machen einen Vortrag für dich, der knallt und nur darum geht es. Also Makulatur, eine Geschichte erzählt, so wie es andere große Namen, die Hallen füllen, ja, und über Delfine und ähnliches sprechen halt auch tun. Das ist alles erfundener Scheiß. Das, ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt, ist meine persönliche subjektive Meinung, so. Ich kann was damit mal abkürzen. Nein. Aber das ist, das ist genau das, wo ich völlig gegen bin. Etwas zu kreieren, was überhaupt nicht da ist. Eine, ein, ein Bild aufzubauen, was pure Lüge ist, was einfach nur eine Projektion auf eine Fläche ist, wo Luft, heiße Luft dahinter ist. Wenn du Glück hast, ist da nur heiße Luft dahinter und nicht irgendwas Schlimmeres. Damit habe ich ein Riesenthema. Und diejenigen, die mich länger begleiten, die wissen das auch, dass ich immer wieder gegen Werbung schieße und gegen den Scheiß, den die Werbewirtschaft da draußen macht, nämlich Menschen anzulügen. Dann haben sie es aber schon gekauft und dann, ja gut, dann ist das eben so. Interessant. Mich würde mal interessieren, wie du zu dem Thema stehst. Du weißt, ich bin bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, Kontaktdaten findest du alle in den Shownotes. Schreib mir doch mal, wie deine Meinung dazu ist, ob du das bisher auch so gesehen hast, dass Marketing eigentlich nur Fake ist oder ob du das so siehst wie ich, dass du sagst, es geht nicht um Fake, sondern es geht darum, dass der Ander noch versteht, was du tust und was du für ihn tun kannst oder für sie tun kannst. Es sind nämlich zwei verschiedene Welten, die hier aneinander clashen. Die Frage ist, was willst du? Ich möchte, nicht nur möchte, sondern ich arbeite ausschließlich mit Menschen, die wirklich was können, die wirklich etwas bewirken wollen für ihre Kunden und nicht nur, weil sie Geld scheffeln wollen. Wenn du anhauen, abhauen, umhauen, anhauen, umhauen, abhauen, das ist die richtige Reihenfolge, so war das, praktizierst, also einfach nur Hauptsache Kohle machen und scheiß auf den Menschen dahinter, bist du absolut nicht mein Mensch. Dann kannst du auch bitte aufhören, diesen Podcast zu hören, dann bist du hier ehrlich gesagt nicht willkommen. Bin ich mal ganz ehrlich an der Stelle. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die nicht nur lieben, was sie tun, sondern lieben, dass das, was sie tun, diese Welt besser macht. Dafür bin ich auch angetreten. Ich möchte, dass meine Kunden nach der Arbeit mit mir da sitzen und sagen, komm, ich habe nach zwei Jahren endlich mit meiner Dienstleistung Geld verdient. Weil ich es endlich erklären kann, weil endlich jemand versteht, was ich tue. Aber, um mal ein Beispiel zu nennen, ja, gibt so viele tolle Menschen da draußen, so viele wahnsinnig gute Dienstleister, die einfach ihre PS nicht auf die Straße bekommen, weil sie nicht verstehen, was sie eigentlich verändern. Um nochmal auf einen Gesprächspartner von vorhin zurückzukommen. Der sagte, nee. Also, wenn du wirklich gut in deinem Job bist, wenn du wirklich liebst, was du tust, dann brauchst du Marketing nicht. Oto, dann kommen die Leute so zu dir. Nein, die Leute kommen zu dir, wenn du genug Leute hattest, die im Hintergrund an Markenbotschaften fließen und dich weiterempfehlen. Ja, wenn die Presse mitbekommt, was du tust, über dich berichtet und so weiter. Dann ja, aber wenn keiner weiß, dass du da bist. Na, Hermann Scherer sagt es immer ganz so gerne. Du bist exzellent und keiner weiß es, dann wirst du trotzdem verhungern. Deswegen ist es ein schmaler Grad zwischen dieser Makulaturwelt da draußen. Versprechen, du wirst in drei Tagen Millionär, wenn du diese Formel hier anwendest. Auch da habe ich tierisch was gegen, aber das weißt du auch. Das habe ich auch in vielen meiner Podcast-Folgen hier thematisiert. Immer mal wieder, wenn du Speaker bist, der noch nicht mal ein Buch über das Thema gelesen hat, aber einen Vortrag vorträgt, weil ihm jemand den geschrieben hat, weil er halt von der Story her funktioniert. Das ist halt die eine Welt. Die andere Welt ist, du kannst was, du bist wer, du hast Fähigkeiten, kannst es eben nur nicht übersetzen in die Welt derer, die es brauchen. Und da bin ich halt dabei. Dass ich dir dabei helfe, dich an die Hand nehme, überhaupt erst mal verstehe, was du tust und das dann übersetze in die Welt derer, die du haben willst, die du begeistern willst. Dass wir ein Bild auf der geistigen Festplatte deines Gegenübers kreieren, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit zwischen deinem Selbstbild, der Identität, wofür du stehst und dem Fremdbild, was jemand von dir hat. Wahrheit ist, was total schön ist. Denn egal, was passiert, die gewinnt immer. In dem Sinne möchte ich mich bei meinem Gesprächspartner bedanken für ein neues Thema, für einen Deep Dive in die Welt des Marketings und des Images und derjenigen, die Fake produzieren, weil es um das reine Verkaufen geht und weil alles, was dahinter passiert, egal ist. Und den Leuten wie ich, die sagen, nach dem Verkauf fängt die geile Zeit erst an. Denn wenn du es schaffst, deine Kunden weiterhin für dich zu begeistern, weil du das Richtige tust, weil es dir nicht nur um die Kohle geht, sondern um den Menschen, dann wird es erst richtig fun. Dann wird es erst richtig gut. Denn dann fängt die Reise dieses Unternehmens, dieser Marke, dieser Person erst wirklich an. Und ich freue mich darauf, wenn du die Reise mit mir zusammengehen möchtest. Oder wenn Menschen wie mir, die eben nicht nur darauf abzielen, dich gut dastehen zu lassen, sondern dich richtig, dich echt darstellen zu lassen. Ich sage extra nicht authentisch, denn Authentizität ist was ganz anderes. Es geht hier ums Echt, es geht um die Wahrheit. Und in dem Sinne, überprüfe mal, was deine Wahrheit ist. Ich freue mich auf dein Feedback. Deine Kam. Ciao. Danke dir, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Darf ich dich um ein Feedback bitten? Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Den Link findest du in den Shownotes.